So, was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben ein Anlass, Stärke, Leben, Blablabla, Gesundheitsregeneration, Angriffsschaden, Leben gewandelt. Okay. Live-Leach. Ich komme nicht an Eisen. Der Preis von Bronze. Du hast Glück, dass ich überhaupt was anbieten kann. Was würde ich alles für eine Wagenladung Bronze geben? Sobald die Straße nach Ixia sicher ist, werde ich aufbrechen, um meine Katina zu besuchen. Katina. Sie ist vor fast einem Jahr weggezogen und ich vermisse sie jeden Tag. So, wie sehen das hier? Oh, wieder so viele. Okay, bin ich mal gespannt, was die Hexe für mich bereithält. Dass ein großes, gepanzertes Monster, so groß wie eine Trireme, an der Küste der Matrias gelandet sei. Es führen zwei Wege nach der Matria. Einer durch die Höhle von Ortea, der andere übers Meer. Ich schätze, dass jetzt nur noch ein Weg offen ist. Hm. Krabbengeschichte. Also, Marta. Oh, ich habe gar nichts mehr. 5, 8. Die sind ziemlich schnell verreckt eben bei dem Entgegner da. Die von. Schon erstaunlich. Treibgut. Die Knochenhaufen des Strandes. Ja, da sind sie auch die nochmal wieder. So, Schaden bekomme ich aber nicht mehr. Also, es ist schon wieder hier so ein riesiges Gebiet, ne? Wir müssen das Signal entzünden, um den Handelsschiffen mitzuteilen, dass der Hafen wieder sicher ist. Jedes Mal, wenn wir es versuchen, werden wir von Untoten überwältigt. Wenn du uns helfen kannst, dann sag es. Wir könnten deine... Wunderbar. Nimm diesen strammen Burschen. Er wird die Fackel tragen und das Signal anzünden, wenn du für seine Sicherheit sorgst. Okay. Los. Wo ist denn hin? Oh Gott, ist der lahmarschig. Ich weiß nicht immer, wo ich hin muss. Ah, das ist super. Jetzt habe ich hier so einen... ...Jüngling hinter mir herlaufen. Da. Jetzt ist er weg, oder was? Oh Mann, jetzt steht er da. Oh Mann. Ja, hast du gut gemacht. Da, 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 da. Na, brennt's? Sehr gut. So, dann bleib mal da oben. Bewacht das. Ichsischer Wald. So, hier ist auch schon die Hexerhausen. Ist das hier von ein komischer Weg da unten? Kann man nicht hin. Kann man nicht hin. Mein Feldwebel hat mich zurückgeschickt, um Verstärkung für unseren Posten zu holen. Außer dir kann ich niemanden finden. Gehe weiter und halte dich links. Dann wirst du schon bald die Kampfgeräusche hören. Ich folge dir. Ja, hier oder was? Meinst du, wir hätten schon gewonnen? Denk nochmal drüber nach. Sie kommen nachts. Meistens. Immer aus der gleichen Richtung. Vom Wasserfall. Ich glaube, wir können eine weitere Welle abwehren. Vielleicht auch zwei. Aber die Männer sind erschöpft. Und bei jedem Angriff fällt jemand. Sie werden von einem massiven alten Antiochen angeführt. Wir haben ihn beim Wasserfall gesehen. Gehe ich doch mal auf die Jagd. Wo ist denn der Wasserfall? Da war Glück der eine, dass er nicht so weit rennen musste, bis er mich gefunden hat. Was ist denn das hier? Dragons. Höhle der Antiochen. 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 Was sind denn Ochen? Wenn ich wüsste, was Ochen sind, könnte ich auch sagen, was Antiochen sind. Aber weiß es leider nicht. So, nebenaufgabe erfüllt. Blöd, dass ich da eben gestorben bin. Na ja. So, wo war die? Gehe ich die Ausnahmefall jetzt mal ab. Huch. Hui. Was ist das? Oder an die Nacht. Nun, da der Posten gesichert ist, können wir diesen Abschnitt des Waldes halten. Vielen Dank. Die Monster verziehen sich und selbst ihre Anführer ducken sich vor dir. Nun, da wir nicht mehr dauernd angegriffen werden, können wir Mauern bauen. Das ist ja wirklich eine Scheiße. Ohne Abschnitt des Waldes Patrouille gehen. Was ist das? Was kann man eintun? Hä? Wo habe ich denn das? Ach, das war gerade die Belohnung. Bin ein bisschen verwirrt. So, ist jetzt hier die Hexe. Hexe, 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 hexe. Qualitätstruhe. Gefährliche Monster. Medeas Heiden. Meine Herrin, Medea, befindet sich dahinter. Dahinter? Wohinter? Du bringst meine Wachen um und bittest mich dann um Hilfe? Klar. Typisch, Held. Ich sollte dein Blut in Öl verwandeln. Aber es bereitet mir Freude zu sehen, wie du dich abmühst. Es war Hades, das Land der Toten, in das diese Erscheinung dich geschickt hat. Hades, wo nur wenige Lebende hingelangt sind und von wo noch weniger zurückgekehrt sind. Kein lebender Sterblicher hat den Weg dorthin gesehen. Aber die uralten grauen Schwestern kennen ihn. Wenn du mir ihr einziges Auge bringst, zeige ich dir den Weg. Doch gib Acht, Held. Die grauen Schwestern werden ihr Auge nicht freiwillig hergeben. Denn es ist das Einzige, das sie haben. Und sie teilen es unter sich auf. Ihr Zorn wird nur noch von ihrer Macht übertroffen. Und schon bald wirst du beides zu spüren bekommen. Es ist weg, weg. Wenn die Herrin herausfindet, dass ich das Siegel verloren habe, dann wird sie mich langsam vergiften und meinen Kopf als Exempel auf der Mauer platzieren. Aber da habe ich dann mit am Hut. Das Siegel der ersten Apoktesis. Ich war draußen. Die Formiziden müssen es genommen haben. So was. Das ist natürlich blöd. Muss ich da noch hin? Wahnsinn, da haben wir auch nicht freigeschaltet. Toll, toll. Ist jetzt gut fahren. Ich glaube, ich habe es jetzt. Ich kann einen Trank brauen, der jedem bemerkenswerte Kräfte verleiht. Alles, was ich brauche, sind ein paar Kopfpilze, etwas Aphodilwurzel und das Blütenblatt einer Nachtblume. Bring mir diese Zutaten und ich werde den Trank mit dir teilen. Groß. Ich kam hier an, als ich 16 war. Mit den Jahren kamen die Monster. Medea ist eine mächtige Magierin, aber es war trotzdem schrecklich. Wir konnten den Hain nicht verlassen und lebten Tag und Nacht in Angst. Ich habe noch nicht viel gelernt, aber wir studieren hier viele Dinge. Heilung und Gifte. Wir lernen, den Pflanzen und Tieren Befehle zu geben. Und Wahrsagerei. Und ein paar der Jungfrauen lernen Gestaltwandel und Beschwörung. Sehr nützlich alles. Um die Geschichte unserer Herrin Medea zu erzählen, Herrin der Gifte, begabt in der Wahrsagerei, rufe ich die Göttinnen Hekate und Chore und die Neuen. Als Jason, der Held, zum ersten Mal nach Kolchis kam und nach dem goldenen Vlies suchte, erfuhr unsere Herrin, damals noch ein Mädchen, zum ersten Mal die Liebe. Und sie war es, die ihm das Balsam gab, mit dem er sich vor dem feueratmenden Stier schützen konnte. Und sie war es, die ihm zeigte, wie er kämpfende Männer aus Drachenzahn wachsen lassen konnte. Und sie war es, die Schlafkräuter vor dem Drachen pflanzte, der das goldene Vlies bewachte. Dann floh sie mit Jason und heiratete ihn. Aber am Ende betrog er sie. Er verließ sie und nahm Prinzessin Glauke zur Frau. Glauke, toller Frau. Ein Geschenk schickte sie der Braut. Ein Kleid, fein gewoben und blendend für das Auge. Und innen bestrichen mit Gift. Aber Medeas Rache war noch nicht vollendet, denn sie wollte dem unbeständigen Argonauten nichts lassen, das er im Leben liebte. Mit den Augen voller Tränen nahm sie alle ihre Kinder und tötete jedes einzelne davon, um den Mann zu verletzen, den sie liebte. Gut, 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 gut gemacht. Wie könnte ich diese arme Frau vergessen? Alles, was sie wollte, war, dass ihr armes Kind geheilt wird. Aber Medea verlangte das große Buch der Leichenkönigin Kalyxenia. Die Frau käme bestimmt ums Leben, wenn sie es besorgen würde. Ich hätte ihr fast gesagt, wo sie es finden kann. Aber du könntest es tun. Dies ist der Stein des Erwachens. Nimm ihn und lege ihn auf den Altar der Leichenkönigin in den zarkonischen Ruinen. Damit rufst du sie. Doch ich warne dich. Sie wird ihr Buch nicht freiwillig hergeben. Noch eine Nebenaufgabe. Oh, noch mehr. Einst gab es eine große Stadt namens Propontis. Jetzt gibt es dort nur noch ein Moor. Die zarkonischen Könige herrschten über Propontis. Und jeder von ihnen versteckte ein ganzes Vermögen in seinem Palast. Den Legenden nach soll es noch immer einen antiken Schatz in den Ruinen geben. Er ist vom mächtigsten zarkonischen König, Dorus war sein Name, versteckt worden. Viele Leute gehen dorthin, um ihn zu suchen. Aber selten kommen sie zurück. Und niemals mit dem Schatz. Meinst du, es wäre einfach, hier mit all diesen Frauen zu leben? Nun, es ist sicher, solange du aufpasst, was du tust. Und für die Lieferung von frischem Wild werde ich gut belohnt. Dann machen wir weiter. Wöhnliche Kiste. Oh, da unten ist eine Höhle. Hier auch. Ambelisch Höhlen. Höhlen. Oh je. Das klingt groß. Ich finde hier eine meiner zahlreichen Nebenquests zum Abschluss bereit. In irgendeiner Ecke liegt das Scepter. Oder der Apfel. Oder das Kraut. Kraut. Ist das jetzt eine einfache Ansammlung? Da geht's hoch. Hier geht's auch noch lang. Oh, da ist wieder was. Seht ihr? Ja. Ein Siegel war es. Ein Siegel war es. Ja. Jetzt bin ich über eine andere Höhle rausgekommen. Praktisch. Die Frage, wo ich jetzt als nächstes hin darf. Wohl hier hin. Warte, auf euch. Was haben wir denn da? Ach die. Boah, die haben ja auch wieder viel abgezogen. Junge, Junge. Versteh ich nicht. Aber warte, ich kann mich doch jetzt so krass heilen, oder? Hä? Angriffsschaden leben gewandert bei 7% und Hits von 2000 müssen das mindestens 200 AP sein. Versteh ich nicht. Gruff der Königin. Das bringt nichts. Hä? 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 Stimmt, habe ich nicht lassen. Ultra-Siegel. Wie kostet den Radius, Angriffsschaden, Leben gewandelt, das ist auch sowas. Schadensreflexion auch noch. Zum letzten Generation pro Sekunde. Habe ich jetzt 6? Nein, nicht so viel. Ach, weil ich auf 5 drücke. Oh ja. Aber brauche ich nicht, ne? Lieber den Angriff. Lieber den Angriff. Hier noch Spannes, nee. Nee, 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 nee. Bäume, die einen angreifen, dann kommen wir dahin. Heldenmonster getötet, gibt auch nur 5000 EP, das ist jetzt in meinem Fall nicht mehr so viel. Zakonische Ruin, hier ist wieder was gelbes, Schnurstratz dahinten, oder auch nicht. Du schickst mich für weitere tausend Jahre ins Totendasein, und das nur für ein Buch mit Rezepturen? Nimm es, aber wisse, dass die Formel darin für Dilettanten gefährlich sind. Ich hoffe, dass sie dich zu Hades schicken. Hehehe, aber es ist mal noch gelb. Guter Reisender. Vielen Dank für deine Hilfe, aber mein eigenes Leben bedeutet wenig. Meine Schwester und ich suchten nach... Wir erkundeten die Ruinen zu Forschungszwecken, als uns plötzlich die Monster angriffen. Sie entführten sie und ich... ich entkam. Schnell finde sie, bevor sie... Nein, es ist zu schrecklich, um darüber nachzudenken. Was? Ich will... finden... sofort. Schatzäger. Oh, anscheinend bin ich nicht richtig. Wo bin ich das? Wahrscheinlich. Da ist schon mal eine Startwege angebaut, mitten in den Urwald. Und vergessen. Das muss ja auch mal eine riesige Stadt, oder ich weiß nicht... Äh... ein Palast... gewesen sein. Zarkonische Ruinen. Wahrscheinlich eine Stadt. Jetzt sind hier diese Ochsen. Anti-Ochen. Ja? Auf! Auf! Aber das kann's. I owe you. Ja, I owe you. Das ist der Erfolg. So, kann ich jetzt von hier... müsste ich doch jetzt zurück können einfach, oder? Geht's ja wieder irgendwo weiter, wo ich jetzt noch nicht... war... Ich hab den... Checkpoint nicht freigeschaltet, oder so ne Scheiße. Darf ich gleich wieder hinlaufen? Ja... Braucht halt da keinen Durchgang hin. Hm... Da unten vielleicht noch... Nee, ne... Da ist auch schon Mauer. Ah, doch nicht. Also die Hilfe... Fünf... Haufen... Großer Ruf von Doros. Was für Aufgabe? Diese Kack-Aufgaben. Was ist denn so ein Kack-Rätsel hier? Hebel! Gibt's nicht. Es gibt nur diesen einen Kack-Hebel. Ähm... Versteh ich nicht. Der könnte da durchschießen. Was ist das denn? Aha! Hä? Ich hab aber doch extra den Schlüssel bekommen. Den hab ich noch nicht. Hä? Ich hab den Schlüssel nicht. Oh, da hinten ist der ganze Loot. Äh... Pfff... Kriegt man so einen Schlüssel her? Äh... Wollte ich denn den ersten Kack-Schüssel her? Ja... Es wäre logisch, wenn er diesen Boss-Monster da einfallen gelassen hat, ne? Aber... Es ist ja nicht. Ich hab keine Schlüssel. Was ist das? Uff... 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 Wollte nicht. Uff... Auf ins Heim. Du hast es. Das Siegel der ersten Apokthesis. Ich werde es sofort an seinen angestammten Platz zurückbringen. Die Formiziden können die magischen Auren des Heinz nicht durchdringen. Ich bin gerettet. Vielen Dank. Na, Glück gehabt. Ich brauche alle drei Zutaten für den Trank. Ich brauche einen. Ja... Den hab ich schon geredet. Du hast es geschafft, Kalyxenia zu besiegen. Und sie ist keinen Tag älter aus. Hat ihre leben entziehende Magie bei dir nicht gewirkt? Naja, du hast das Buch. Darauf kommt es an. Du hast getan, was man dir aufgetragen hat. Hier, bring Mera diesen Trank. Schnell! Das Leben des Kindes hängt davon ab. Wo ist Mera? Nicht seit Perseus diesen seltsamen Schwestern einen Helden geschickt hat, um ihnen das Auge zu entreißen. Aber du hast vieles unerledigt gelassen. Wer weiß, du wirst vielleicht sogar überleben. Okay. Was ist das denn? Ich guck mal Sie. Ich sehe Schmerz und Leid. Ich sehe Verlust und Narretei. Ich sehe meine dunkle Göttin ermatten, gefangen. und die unterwelt ist in aufruhr ich sehe krieg in der welt der lebenden aufziehen das darf nicht sein du musst dem ein ende bereiten ich sehe den eingang zum hardes wohin letztendlich alle hinabsteigen müssen bei mir eine schrift wurde benutzt wurde verschwinden die symbole von der garantiert wegen dem maus der über die schrift rollung herausfinden welche magie inhaltend schnell zu haben was mit lebensdorf 15 sekunden lebens 2000 was deine reise beginnt hier folge den spuren der wenigen die unter den toten gewandelt sind es wird nicht weit sein mit flinkem fuß und starkem herzen kannst du uns vielleicht alle retten